Heute der erste wirklich in Praxis gefahrene Test mit dem neuen Komfortbett mit der neuen DPD Komfortposition am DPD AeroAction Lenker ALU Absolut Top Beim Bergfahren ist auch nicht gut bereit Absolut warme, gesicherte Leistungssache Hände Kein Kribbeln, kein Taubheitsgefühl Absolut die beste Dauerstoffaufnahme Merklich ist der Bus markant nach unten Die Erholungsphase ist ein Und die Zugwirkung ist erreichbar Blüß, rechts, links, rechts, hoch, tief, Atmung, frei, die Hände, arm, Zugwirkung, Entlastung, die erste Ruck auf die Pedale Dynamische Pedale Der nächste Schritt AeroAction Position Absolut Dynamisch Und aerodinamisch DPG AeroAction 4 Mit Komfortbett mit Komfortbett Ein paar Minuten Dramatische Dramatische Dramatische